Das war ja auch ein bisschen langweilig. Wir haben mal wieder eine Heimspiele, Spielfolge für uns beiden Audios. Und zwar heute ist zu Gast Arne Neurand. Arne, hi, grüß dich. Hallo. Tachchen, schön, dass du da bist. Wir sehen dich gerade in deinem Studio. Tolles Pult hinter dir. Müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, was wir da alles sehen. Vorneweg stell dich doch bitte einmal selbst vor mit unseren drei großen Fragen. Wer bist du? Was machst du? Und warum machst du das eigentlich? Was treibt dich an? Mein Name ist Arne Neurand. Ich bin Audio-Ingenieur und Musikproduzent. Inhaber vom Horus Soundstudio in Hannover. Und das Horus und dadurch irgendwie auch ich sind bekannt für im weitesten Sinne Rockproduktion. Also alles, was handgemacht ist, was auch gerne mal in die etwas härtere Richtung geht. Und warum mache ich das? Weil ich nichts anderes gelernt habe als das. Weil es mir unglaublich viel Spaß macht. Weil es gut kann, glaube ich. Also macht das schon sehr, sehr lange. Ich habe sich nie die Frage gestellt, was anderes zu machen. Ja, klar. Ich habe herausgefunden, irgendwie seit 2003 bist du bei Horus. Aber lass doch mal ganz vorne anfangen. Wann warst du an welcher SAE und wie ging das alles los? Ich war auf der SAE in Hamburg. Und zwar noch in dem alten Gebäude in Hammerbrook. 2002 bis 2004 war das, glaube ich. Dieser Halftime-Kurs. Und wie bist du da hingekommen? Wahrscheinlich auch selbst als Musiker erst mal wollte man lernen, wie man sich produziert. Du wolltest Rockstar werden, wie wir alle auch. Gibt es so? Nee, ich wollte eben kein Rockstar werden. Ich wollte ja eben auf der anderen Seite der Scheibe stehen. Ich wollte eben nicht auf die Bühne. Also ich komme halt auch vom Musikmachen und spiele mehrere Instrumente und habe einfach in meiner, man muss fast schon sagen Kindheit, also wirklich sehr, sehr früh, mit so acht, neun Jahren oder so, habe ich dann irgendwie halt auch schon angefangen, mich irgendwie selber aufzunehmen, mit Kassettenrekordern relativ schnell, mit so Vierspurrekordern. Dann so einen klassischen Weg der 90er Jahre hingelegt sozusagen. Vierspurrekorder, Achtspurrekorder, dann irgendwann auf Adatz gegangen. Und das habe ich halt auch in meinen Jugendjahren gemacht, auch während meiner Schulzeit gemacht und habe da auch schon angefangen, Bands aufzunehmen, tatsächlich im Keller meiner Eltern. Boah, mega. Ich bin ein Kellerkind, sage ich immer. Dito, Dito. Sehr gut. Und dann war es halt so, dass ich dann halt, als ich dann irgendwie Abitur gemacht habe und Zivildienst hinter mir hatte, dass ich dann einfach gesucht habe, wo kann ich das jetzt irgendwie professionalisieren? Also wo kann ich es halt jetzt irgendwie nochmal richtig lernen? Vor allen Dingen hatte ich halt Lust, es richtig zu lernen und dann lag es ja eh nahe. Ja, ja, klar. Das ist ja spannend, dass du schon sogar mit Vorwissen auch dahin gegangen bist. Ich bin zum Beispiel ohne jegliches Vorwissen, also sehr, sehr rudimentär dahin gegangen, habe dann da alles gelernt. Und ich glaube, man profitiert davon, wenn man sich vorher schon mal mehr mit der Materie beschäftigt hat. Du wusstest also direkt, du wolltest in die Produktion gehen. Hattest du da irgendwie eine bestimmte Nische, auf die du dich konzentrieren wolltest? Oder erst mal alles mitnehmen? Ja, also definitiv aus dem Rockbereich, muss ich da schon sagen. Also ich war nie irgendwie im elektronischen Bereich unterwegs. Ich war auch nie, also sowas wie jetzt Techno, auch Hip-Hop damals noch auf jeden Fall, hat mich damals nicht interessiert und hat auch mit dem, was ich so in meinem Keller gemacht habe, auch nichts zu tun gehabt. Also ich habe einfach Bands, ich habe Rockbands aufgenommen. Deswegen war es klar irgendwie, dass ich dann irgendwie eher danach suche. Ja, okay. Dann würde mich nämlich interessieren, wenn du jetzt aus der Uni-Zeit damals, du bist rausgekommen. Und wie fängt man dann mit der Studiogründung an oder wie tritt man im Studio bei? Wie hast du den Stein ins Rollen gebracht? Also ich habe das Studio ja nicht gegründet. Ja, ja, genau. Das gibt es länger als mich, das Studio. Deswegen beitreten. Das gibt es seit 1979. Ich habe damals, also während meiner SAE-Zeit, da war ich beim NDR in Hannover. Ah! Das war erst mal so, um das auch zu finanzieren, den ganzen... Aber es war auch ein Stück, ne? Hamburg, Hannover, immer hin und her? Ja, ich bin auch in Hannover wohnen geblieben damals tatsächlich, weil ich da an den Wochenenden immer schon die Bands immer noch in meinem Keller aufgenommen habe. Ah, okay. Deswegen stand es für mich, also deswegen bin ich tatsächlich gar nicht nach Hamburg gezogen, ich bin gependelt. Damals gab es leider noch keine SAE in Hannover, inzwischen gibt es die ja. Und dann, als ich dann fertig war, da habe ich dann sozusagen davon profitiert, dass eine Band, die ich damals schon im Keller aufgenommen hatte, dass da jemand, der Martin Klemann, einen guten Kontakt zum Horus Sound Studio hatte, der hat mich dann dahin empfohlen. Und das Horus Sound Studio hat gerade zu dem Zeitpunkt einfach junge Leute gesucht. Also die haben einfach junge Engineers gesucht, weil so viel Produktion anlagen und weil sie einfach immer wieder frische Leute brauchten. Traum! Und das war total der Traum. Und dann bin ich da quasi, dann bin ich da angetanzt irgendwie direkt. Das war sogar noch in meiner SAE-Ausbildung sogar noch, bin ich da angetanzt und habe gesagt, hier, Martin hat gesagt, ich soll mal vorbeikommen. Und dann sagt der Chef, der Frank Bornemann sagt zu mir, ja, kannst du anfangen? Und dann meine ich ja, wann kann ich denn anfangen? Ich bin 2004 fertig. Ja, kannst runtergehen, kannst loslegen. Boah, ja, das ist immer so. Das ist wirklich Reality-Check. Ja, ja, ich habe an dem Tag angefangen, hier zu arbeiten. Als Anstellung. Ja, als Praktikum. Das ist keine Anstellung. Sondern das ist erstmal, natürlich muss das erstmal ausgecheckt werden. Das ist ja klar. Also jetzt im Tonstudie-Bereich, eine Anstellung natürlich am Anfang passiert da nicht. Ja. Aber damals war das schon so, das war so das Ende der Hochzeit irgendwie, der, ich nenne es mal, alten Musikindustrie, wo es halt noch viel mehr Assistenz gab im Studio sozusagen. Und da fängst du als Praktikant an und wirst dann natürlich erstmal auf Herz und Nieren getestet, ob du das überhaupt kannst. Ja, klar. Ja, inwiefern unterscheidet sich das denn zum Studium von der SAE? Du hast dann ja den perfekten A-B-Vergleich. Morgen studieren, abends arbeiten. Ja, das hat natürlich erstmal nicht besonders viel miteinander zu tun. Also das muss man natürlich sagen, das eine ist einfach etwas lernen, das andere ist sozusagen in die Produktion selber reinkommen. Sagen wir mal so, ich habe auf jeden Fall direkt den Reality-Check bekommen, dass ich auf die SAE gehen musste, um da überhaupt anfangen zu können. Das muss ich tatsächlich sagen. Also, weil ich konnte zwar, wie gesagt, ich konnte mit Musikproduktion und so, ich wüsste grob, ich habe es ja gemacht, ich wüsste ja, wie es geht, aber ich habe zum Beispiel auf der SAE, ich habe da erst gelernt, einen Computer zu bedienen. Wie? Ich habe nämlich ohne Computer das gelernt. Ach klar. Also ich habe das auf Bändern und auf Adats gemacht. Mit Behringer-Mischpult und so, sozusagen so oldschoolig 90er Jahre. Und ich hatte noch nicht mal einen Computer zu Hause. Also so alt bin ich schon. Ja, aber das war der Switch da zu der Zeit, natürlich. Das war genau der Switch, wo dann auch eben die Studios sind da, die waren da schon auf Pro Tools oder Logic, was auch immer. Also hier im Horus standen damals auch noch große Bandmaschinen, wurden damals schon nicht mehr viel benutzt. und das war dann meine Eintrittskarte, dass ich sozusagen dieses Studio bedienen konnte. Ich hätte es sonst nicht bedienen können. Klar. Ach krass, krass, krass. Aber ich meine, wahrscheinlich war ein Pro Tools System damals auch für zu Hause noch gar nicht so super gängig, weil es einfach auch sehr teuer war. Wie hatte ich zu tun? Das war überhaupt nicht gängig hier. Also das hat mir total geholfen. Und auf jeden Fall, dass ich überhaupt sozusagen die ganzen DRWs konnte, also in dem Fall dann Logic und Pro Tools vor allen Dingen, die hier im Horus dann im Stahl fand, vor allen Dingen Pro Tools. Und natürlich auch überhaupt Signalfluss. Also das sage ich auch hier jungen Leuten immer wieder, du musst den Signalfluss von dem Studio kapieren. Du musst es dir bildlich vor Augen führen, irgendwie wie, wo ein Signal reingeht. Dann kannst du es im Studio irgendwann auch bedienen oder du brauchst nicht lange, um es zu verstehen. Ja, genau. Weil du musst dich natürlich in dem Fall, wo du dann hier anfängst bist, oder was heißt du musst, aber du willst dich natürlich schnell auch beweisen, dass du da jetzt nicht abkackst. Ja, richtig. Na klar. Musst du auch. Und das hat dann irgendwie auch ganz gut funktioniert. Ich war super gehypt. Ich war ultra gehypt. Ich wollte hier gar nicht mehr raus. Das war so spannend für mich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Krass. Was durftest du denn alles machen? Oder anders gefragt, was durftest du nicht machen? Also wie steil ging es los bei dir? Ja, ich durfte relativ schnell, relativ viel machen. Das ist natürlich von den Leuten abhängig, die da gerade die Produktion fahren. Also wie war das? Meine allererste Produktion, das war eine Band aus Hamburg. Die wurden hier produziert von dem Produzenten Hermann Frank, mit dem ich tatsächlich auch danach, also weit später auch echt noch viele Platten auch produziert habe. Der hat damals diese Band produziert und der hat sich auf einmal hinters Mischpult gestellt, also von seinem Produkplatz aufgestanden und hat gesagt, hier, setz dich hin und nimm auf. Ja, 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 klar. Und dann halt im Sinne eines Tape Operators. Ja, ja, das stimmt. Und dann sitzt du da und bist froh, wenn du weißt, wo der Aufnahmeknopf ist. Ja klar, mit zittriger Hand. Ja, das ging tatsächlich, weil das hängt natürlich total von den Leuten ab, die dann sind. Die Atmosphäre war cool im Studio irgendwie. Und dann war es so, dass dann so die ersten Wochen oder auch Monate waren dann so, dass entweder waren halt einfach immer Engineers da, den ich dann assistiert habe. Das ist ganz unterschiedlich, was du da machst. Ich habe da auch bei Produktion einfach nur daneben gesessen und zugeguckt, was ich auch empfehlen kann, also was auch super ist. Ja. Einfach da die Augen offen halten und mal, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, immer mal eine Frage zu stellen. Und von manchen Engineers wirst du total eingebunden. Also ich habe hier unter Clemens Matznik zum Beispiel viel assistiert. Der bindet dich ein. Der sagt, mach das, 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 das. Bitte das Mikrofon aufbauen und so weiter. Aber das Wichtigste ist, das Studio zu lernen innerhalb von ein paar Tagen. Und das geht auch. Das ist ja keine NASA, keine Raketenforschung in der Nase. Ja, klar. Ja, genau. Ich meine, das ist auch schwierig zu erklären für Leute, die nicht aus der Tontechnik kommen. Die sehen so einen Pult und denken so, da sind jetzt 14.000 Knöpfe drauf. Ich habe keine Ahnung, aber man kriegt es schon hin, wenn man so grundsätzlich Kraft hat, wie ein Studio funktioniert. Es sind ja fast alles die gleichen. Das sind ja nur die Kanalzüge, die dann einfach nach rechts hoch gehen. Ja, das ist ja auch sehr gut. Also wenn die jetzt nicht die komplette super funky Verkabelung haben, dann kommst du in die meisten Studios, da sagst du einen halben Tag, kommst du klar, ne? Genau, ist auch meine Erfahrung, auch wenn ich danach in andere Studios gegangen bin. So wenn man da jemanden hat, der es gut erklären kann, wie der Signalfluss ist, dann dauert das normalerweise, wenn man einigermaßen findet, ist es jetzt nicht so lange, bis man es bedienen kann. Also klar kommen irgendwo immer wieder ein paar Sachen, umdrehen, scheiße, was ist denn jetzt los, jetzt kommt dir nichts an, aber das gehört auch dazu. Ja, manchmal rufst du auch panisch den Studioinhaber an und der erklärt dir die Verkabelung und du bist so, ja, da kannst du nicht drauf kommen, dass ihr das so gemacht habt. Ja, das stimmt. Also ich hatte zum Beispiel auch damals, wie gesagt, damals standen hier noch die großen Studer-Maschinen, also wirklich eben auch noch analog, 48 Spur. Und das war etwas, was ich zwar sozusagen von der Arbeitsweise her kannte, weil ich es mir sozusagen so selber beigebracht habe, aber nicht auf diesen Maschinen. Ja. Die hatte natürlich niemand zu Hause. Und da habe ich dann irgendwann halt auch noch ein paar Produktionen drauf gemacht oder damals hat man noch zum Beispiel jetzt nur Schlagzeug aufgenommen, das dann überspielt und so. Und da ist es dann auch schon vorgekommen, wo ich dann wirklich auch Andrea Ingeniers dann wirklich auch panikmäßig anrufen musste und fragen musste, das geht hier nicht, ich kriege es jetzt echt nicht hin. Und zwar so Klassiker wie, naja, da ist halt ein Timecode auf Spur 24 gewesen und dann fragt mich halt derjenige, der das kann, der fragt mich dann, was hast du, was nimmst du denn auf Spur 23 auf? Da habe ich gesagt, da habe ich ein Tambourin aufgenommen. Ja, das machst du halt das nächste Mal nicht. Und das war natürlich, da gibt es so Sachen, das weißt du dann einfach nicht. Und dann jetzt klärt es dir jemand einmal und dann kommst du dir auch ein bisschen doof vor. So ist es. Woher? Aber woher, so ist das dann Wissen. Genau. Du bist gar nicht alleine in dem Studio unterwegs, sondern du hast noch einen Kollege, Benni Schäfer. Ihr bildet zusammen das Herzstück. Wie ist da die Kollaboration entstanden? Benni ist quasi einen ganz, 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 ganz ähnlichen Weg gegangen wie ich. Der hat, wir haben ja fast zeitgleich als Praktikanten angefangen im Studio. Okay. Krass. Ja, ja, das war auch wieder totales Glück irgendwie. Benni kam, glaube ich, ein paar Monate später oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und dann haben wir hier sozusagen in den Nullerjahren, haben wir halt quasi gemeinsam, oft zusammen, oft auch abwechselnd, dann eben hier den gleichen Job gemacht und einfach gelernt. Und dann irgendwann halt später dann selber die Produktion gefahren und so. Benni ist dann irgendwann weggegangen. Also ich bin hier geblieben. Benni ist nach Berlin gegangen und ist da vor allen Dingen ins Live-Business eingestiegen. und ist dann halt jetzt vor zwei, drei Jahren wieder zurück nach Hannover gekommen, vor allen Dingen auch aus familiären Gründen. Und ist einfach nahtlos sozusagen hier wieder eingestiegen, was für mich super war, weil zu zweit macht es auf jeden Fall auch wirklich doppelt so viel Spaß. Das muss man schon mal sagen. Super. Und jetzt machen wir es zusammen und das ist so ein bisschen unterschiedlich, wie wir uns das aufteilen. Also grundsätzlich könnte man vielleicht sagen, ich produziere auf jeden Fall mehr und ich recorde mehr und Benni mischt mehr zum Beispiel. Ich will sagen, jetzt müssen wir mal die Lücke mal langsam so ein bisschen füllen. Tacheles. Weil wir sind gerade an dem Punkt, du bist Praktikant und schaust bei Produktion zu als Praktikant. Ja. Jetzt gehe ich auf horus.de und du bist auf der Startseite. Wie hast du das gemacht? Wie ist es mit deinem Studio geworden? Das hat natürlich ganz viel mit dem Menschen zu tun, dem das Studio vorher gehörte. Also ich habe hier quasi, ich habe hier sehr, sehr viel Zeit verbracht in den Nullerjahren. Ich habe hier ganz viele Produktionen gefahren, habe hier auch sehr, sehr viel Vertrauen genossen sozusagen. Ich hatte auch einen großen Vertrauensvorschuss, habe meine Sache halt auch nicht ganz blöd gemacht, als ich hier angefangen habe. Offensichtlich. Und habe hier einfach Unmengen an Produktionen gefahren. Zwischendurch auch, also gerade mit der Selbstständigkeit dann später, als man sozusagen aus dem Praktikantending rauskommt, war trotzdem das Horostudio immer so meine Homebase, weil ich ja auch immer in Hannover gewohnt habe. Gerade wenn man auch Platten mischt, dann sucht man sich natürlich einen Platz, wo man das am besten machen kann. Und dann war das einfach so, dass dann 2013 der Gründer, das ist der Frank Bornemann, der das Horostudio gegründet hat, einfach den Laden einfach abgeben wollte und einfach geguckt hat, wem kann er den jetzt sozusagen vermachen, den Laden? Also wer kann das weiterführen in seinem Sinne vielleicht auch? Oder wer kann es auch modernisieren sozusagen? Und das auch einfach, weil er keine Lust mehr hatte. Also er hat das lang genug gemacht. Der hat den Laden aufgebaut von 0 auf 100 zu dem, was er jetzt ist. Und hat dann irgendwann halt auch, ist jetzt auch nicht mehr 20, der Frank, dann hat er gesagt, so jetzt darf das mal jemand anders weitermachen. Und da hat er mich halt gefragt. Wie übernimmt man ein Tonstudio? Ja, also das ist natürlich erstmal eine rechtliche Sache, wie man ein Tonstudio übernimmt. Ja, also dann fließt natürlich auch ein bisschen Geld und so. Und dann ist es eine rechtliche Sache, dann sitzt man auf einmal beim Notar und dann passieren solche Sachen. Das Horostudio zum Beispiel ist eine GmbH, also da kommen dann auch ein paar Sachen dazu. Da muss man vor allen Dingen, also sagen wir mal so, so ein Studio selber weiterzuführen, war erstmal inhaltlich, da habe ich da keine Sorgen vor gehabt. Da habe ich irgendwie keinen Stress mit gehabt, weil ich sitze ja eh hier und mache die Produktion. Und ich habe sie damals auch schon verhandelt, die Produktion und sowas. Aber das andere, GmbH-Recht und Konsorten, ist eine ganz, ganz andere Nummer. Und da habe ich mir natürlich dollen Kopf zerbrochen davor, was das jetzt für mich bedeutet. Und ich muss auch sagen, habe es eigentlich erst in den Jahren, in denen ich es dann gemacht habe, eigentlich erst richtig gelernt, was das bedeutet. Ich bin auch da, wie immer, ich habe ja und dann lerne ich es so ungefähr. Habe es danach erst gelernt, war vielleicht auch ein bisschen blauäugig, aber es ist ja auch gut gegangen. Na ja, klar, man wächst da ja rein. Es ist ja irgendwie gut gegangen. Also, ist ein Schritt, muss ich wirklich sagen. Ich habe damals eigentlich, ursprünglich war das nicht mein Wunsch, ein Studioinhaber zu sein. Ich dachte immer, ich werde Freelancer sein und gehe halt einfach in die Studios. Und aber als das Angebot dann da war, da habe ich gedacht, nee, bevor es jetzt, keine Ahnung, es hätte ja auch sein können, dass es auch dicht macht. Es ist gar nicht so einfach, da auch irgendwie jemanden zu finden, der das dann weiterführt zu einer Zeit, wo sozusagen diese Art von großen Tonstudios gar nicht mehr so in sind. Also, die Struktur hat sich ja extrem geändert. Und dann habe ich eher gesagt, nee, dann probiere ich es lieber erst mal und gucke, ob ich es irgendwie gewuppt bekommen und ob ich es sozusagen modernisieren kann, den Laden, sodass es hier irgendwie weiterlaufen kann. Weil ich die Räumlichkeiten auf jeden Fall immer total gemocht habe. Und alle Leute, die ja auch arbeiten, mögen die immer. Woher hast du den Mut genommen? Du nennst es jetzt einfach Mut. Man könnte es auch Dummheit nennen. Ich habe einfach Ja gesagt. Also natürlich, das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Laden, wie du dicht machen musst. Also, dass es schief geht. Und dann ist es natürlich super viel Ärger und dann wird es auch ein bisschen kompliziert. Und so ist es eben so. Aber war halt schon immer ein Horus-Typ und ich wollte es dann einfach weitermachen. Klar. Also, du hast vorhin davon gesprochen eingangs, dass es auch das Ende einer Ära war. Wir haben über Bänder gesprochen und dass ihr das etwas modernisieren wolltet und so weiter. Das ist ja ein Riesenhaufen Verantwortung, so einen großen Laden zu führen. Der braucht auch viel Headroom, was das Finanzielle angeht. Das ist ja eine Miete, die man zahlt. Ich kriege das selbst mit. Viele Künstler, auch mit denen ich arbeite, eben als Freelancer, die sind ja schon sehr selbstständig. Die können sehr gute Demos mittlerweile produzieren. Die haben alle ihr Logic und so weiter. Auf welchem Level sind denn die Produktionen, wenn ein Künstler zu dir oder zu euch kommt? Und ja, wie selbstständig ist der Künstler mittlerweile? Merkst du das? Ja, das merke ich sehr. Das hat sich jetzt zu meinen Anfangsjahren sozusagen, hat sich das total geändert. Da ist man hier sozusagen mit null ins Studio und hat dann von vorne eine Produktion gemacht. Oder meistens ja auch schon vor der Studiozeit im Proberaum. Inzwischen machen wir hier auch Produktionen oder mache ich hier Produktionen, wo sozusagen die Hälfte der Produktion schon da ist. Also die schon selber recordet ist. Ein Klassiker ist aktuell bei Produktion, bei dem, was wir hier machen, was ich hier mache, ist, dass wir zum Beispiel für Alben Drums rekorden, weil das ist halt dann doch noch ein bisschen komplizierter, wenn du es richtig, richtig gut haben willst, weil du einen guten Raum brauchst und jemanden, der es auch wirklich gut engineeren kann, das haben wir. Und dann geht die Band mit den Drumtracks erstmal sozusagen nach Hause oder in den Proberaum oder wo auch immer hin und recorden selber Bass, Gitarre, was auch immer. Oft kommen sie zum Liedgesang wieder her. Das hat auf der einen Seite technische Gründe, aber vor allen Dingen auch eher Coaching-Gründe. Es geht eher dann wirklich, dass da jemand sitzt, der da auch was zu sagen kann. Und dann den Mix. Das sind so ganz klassische Hybridproduktionen, die wir schon seit längerer Zeit inzwischen hier viel machen. Drums, Lead-Vocals und dann Mix halt. Manchmal kriegst du inzwischen auch die DI-Tracks von den Gitarren und dann re-impt man das hier. Aber ich kriege auch einfach viele Platten, die ich sozusagen nur mische, also die Leute auch zu Hause aufnehmen. Ich habe gerade ein Album auf dem Pult liegen von einer Schweizer Band. Das ist meistens, es ist ja eh eine Budget-Sache sowieso, war es auch schon immer, ist es auch immer noch. Nur, dass sie die Budgets einfach geändert haben. Und da ist es zum Beispiel so, dass diese eine Band, mit denen trete ich dann in Kontakt und die sagen gleich, wir wollen das, wenn es irgendwie möglich ist, bei uns im Proberaum recorden. Wir haben die und die und die und die Möglichkeiten. Und dann schicken sie mir eine Testaufnahme zum Beispiel und dann höre ich mir jetzt an und gucke, ob ich glaube, dass ich da trotzdem sozusagen eine tolle Platte mischen kann. Und dann begleite ich sie quasi bei den Setups. Und dann, das kann funktionieren. Das kann auch mal nicht funktionieren. Kann auch mal schief. Kann auch mal ein bisschen blöd werden, wo man dann sagt, und meistens ist es ja der menschliche Faktor, wo man sagt, ah, da hätte ich jetzt doch gerne daneben gesessen. Einfach, um mal kurz was zu sagen. Da geht es gar nicht darum, wie man da ein Mikrofon hinstellt. Also das ist auch wieder keine Raketen, also kann Raketenforschung werden so, aber das andere ist erst mal wichtiger, wie da jemand performt. Deswegen glaube ich immer eher das Gefühl, dass da sozusagen derjenige, dass ich da dann wichtiger bin, wenn man dabei wäre. Und da, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Und da habe ich jetzt nochmal auch eine technische Frage. Und zwar kann ich voll verstehen, wenn man sagt, wir müssen Schlagzeug professionell aufnehmen, also richtig mikrofoniert, in einem guten Raum, vielleicht gute Preamps, das Gleiche für Gesang, weil das wichtige und tragende Elemente sind. Und mich würde es nochmal interessieren, bei Gesang gerade, bekommst du dann verschiedene Takes, die du kommst, also zusammen compilest, oder bekommst du dann schon einen fertigen Take und da hat sich der Sänger dann vielleicht schon zu entschieden. Ja, das hinkt natürlich, also erst mal würde ich sagen, ich möchte keine einzelnen Takes bekommen, ich will das gar nicht compil. Natürlich kann jemand sagen, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe in dem Moment. Teuer. Ich bin überhaupt nicht der Produzent in dem Moment. Also wenn ich da der Produzent bin, dann nehme ich es selber auf. So, und dann compilest natürlich auch selber. Aber dass mir manchmal Sänger die einzelnen Takes schicken, weil da würde ich dann sagen, Alter, du hast eine Eigenverantwortung als Künstler und es wäre schön, wenn du es immer wahrnimmst. Also damit kann ich tatsächlich nicht besonders viel anfangen. Also dass sich jetzt zum Beispiel die Künstler selber nicht trauen, es vielleicht nochmal zu tunen oder besser ein bisschen zu bearbeiten, dann sagen sie, kannst du das machen? Da sage ich, ja, auf jeden Fall. Aber wenn ich in der Produktion erst mal nicht involviert bin, dann entscheide ich nicht auf einmal, welche Gesangstakes daran kommen. Das kann ich zwar, das will ich aber nicht. Die Verantwortung muss immer an der richtigen Stelle liegen in dem Moment. Also das kannst du sogar weiterführen. Also manchmal kriegst du auch, du nimmst jemand eine Gitarre auf und packst sechs Mikros davor und sagt, nimm das, was am besten passt. Und dann sage ich, das kann ich alles machen. Das dauert aber alles Ewigkeiten, wird dann auch wieder teurer. Und du musst, bitte entscheide es. Bitte guck, wie du klingen möchtest. Ist auch ein bisschen, nee, was heißt oldschool, ist, glaube ich, der richtige Weg. Also dann, dass man immer weiß, wer da gerade für was verantwortlich ist. Genau. Ja, ich glaube, das sollte man vorneweg auf alle Zuhörenden klar kommunizieren, was die Aufgabenbereiche sind, wofür man bezahlt wird. Und vielleicht noch so ein Tipp, das mache ich zumindest so, wenn ich auch mit Leuten arbeite. Ich habe ein PDF, da steht drauf, wie die Leute eben zu arbeiten oder vorzubereiten haben. Also Vocals zum Beispiel ohne Effekte raus exportieren, selber kompen. Genau das, was du gerade gesagt hast. Weil sonst sitzt du dann noch drei Tage länger dran. Genau, wenn jetzt zum Beispiel, wenn Leute mir was zum Mischen schicken und da gibt es zum Beispiel extrem viele Backing-Vocals oder sowas, dann kann man da zum Beispiel sagen, bitte mach mir Stamps davon. Also du müsstest schon mal ein bisschen so zusammen, wie du das meinst, damit ich jetzt nicht einfach mal anfange, hier 30 Spuren zusammenzusuchen, bis ich das Ergebnis habe, was du eh schon hattest. Das ist dann auch wieder Quatsch. Aber grundsätzlich, ja, man muss natürlich den Leuten dann auch, am besten ist immer, wenn man mal einen Test kriegt, wenn man mal schon mal hört, was die da selber aufgenommen haben. Und oft passiert auch, dass sich solche Produktionen, machen und dann wird es nicht gut genug. Und dann kommt die Band dann eben doch noch ins Studio und wir nehmen die Vocals hier auf. Und das gibt es halt. Hauptsache, das wird am Ende irgendwie gut. Aber da ist natürlich, wenn die Leute das selber aufnehmen, und da gibt es von bis, ich habe Produktionen gemischt, die tierisch, tierisch geworden sind, die Leute selber aufgenommen haben. Und manchmal ist es auch echt ein Kampf. Und dann sagt man, ah, jetzt wäre es eigentlich tatsächlich am Ende auch günstiger gewesen, wenn er hergekommen wäre. Ja, wahrscheinlich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist so. Lass uns doch direkt mal über Bands reden, wenn wir eh schon im... Künstlerbereich sind und auch ein bisschen im Business-Bereich. Ich meine, ihr habt ja nur amtliche Namen schon gehabt im Rock-Bereich. Ich lese hier Subway to Sally, ich lese hier ZSK. Das sind ja schon Namen. Und wie macht ihr Akquise? Ist das einfach der Name Horus? Einfach, weil es euch schon so lange gibt? Oder wie aktiv müsst ihr da rausgehen? Ja, wir gehen schon auch aktiv raus. Muss man auch. Es ist natürlich jetzt nicht zu verleugnen, dass auf jeden Fall auch in den Nuller- und Zehnerjahren natürlich hat das Studio Namen und hat auch... Und ich auch dann irgendwie auch eine Stammkundschaft. Also die meisten Bands, mit denen man da arbeitet, die kommen dann schönerweise auch wieder. Aber natürlich ist es so, dass man sich immer kümmern muss irgendwie, dass man vor allem die Ohren aufhalten muss, wer da so rumrennt. Also ich gehe auch auf Konzerte und höre mir die Bands an und schreibe die auch an, wenn ich das gut finde. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier nur rumsitzt und warte, dass bis jemand anruft. Da rufen halt schon Leute an. Aber du musst natürlich irgendwie dabei bleiben. Aber es ist nichts... Man muss schon sagen, der Name Horus auf jeden Fall hat schon eine Strahlkraft, wenn gleich es so ist, dass unter jungen Bands das nicht mehr so viel bedeutet, weil die einfach woanders unterwegs sind. Also weil da sozusagen das dann irgendwann nicht mehr so zählt, weil es auch völlig in Ordnung ist, was ich auch verstehen kann. Also weil ich auf jeden Fall sagen würde, dass heutzutage die Musiker viel, viel eher noch den Menschen buchen, anstatt das Studio. Ja, das glaube ich auch. Also als ich angefangen habe, da war das so, boah, wir gehen in ein Zoro-Studio oder wir gehen in das und das Studio und wir gucken uns mal das Studio an. Inzwischen ist es eher so, was hast du gemacht, wie klingen die Produktionen, die du machst und dann machen wir es da, wo du willst. Ja, ja, ja. Genau das, was du sagst. Ich kenne das auch von anderen Studios. Die haben dann ihr ganzes Equipment aufgelistet auf vier Seiten. und das ist vielleicht für manche Künstler interessant, welche Pre-Amps da drinstehen, aber ich denke, das schreckt vielleicht auch manche ab und es ist viel wichtiger, kann der Mensch mir helfen, der Produzent, mit dem ich arbeite und macht mir Spaß. Ja, vor allen Dingen, also mich interessiert auf Websites von Studios schon das Equipment, aber ich bin ja Toningenieur. Tontechniker. Das interessiert nur Tontechniker, das interessiert Musiker nicht. Also das ist, die wollen einfach nur hören, wie es klingt. Ja, ich glaube, das ist allgemein bei uns im Bereich, das ist der größte Irrglaube, den viele Audios haben, die im Musikbereich arbeiten, die die ganze Zeit über tontechnische Sache reden. Ja, ihr redet nur über Tontechnik. Aber das interessiert uns drei, aber das interessiert halt die Band da draußen und den Liedsängern interessiert es wahrscheinlich eher nicht. Müsst ihr über Songs reden, nicht über Technik. Über Songs und über das, was ausgesagt werden soll, das müsst ihr machen und wie ihr klingen wollt. Ganz genau. Wir hatten dazu auch vor zwei Wochen André Becker im Podcast und der hat auch gesagt, know your audience, du musst im Prinzip zu deinem Publikum sprechen, damit du die Leute überhaupt erreichst. Weil am Ende des Tages musst du natürlich auch davon leben können und neue Bands ranholen. Und dann macht es dann nicht so viel Sinn, wenn man aneinander vorbeispricht. Richtig. Ansonsten halt Fotos. Ich meine, eine Website ist schon wichtig und Fotos sind gut, dass man einen Eindruck davon bekommt, wie das hier aussieht. Studios sehen meistens sowieso geil aus. Also, das sage ich auch, wenn Bands hier sind, mach das Foto bitte vom Pult. Es ist einfach telegen. Total. Und ansonsten Songs, da muss man einfach hören, was man macht. Ansonsten, keine Ahnung, Akquise ist natürlich auch viel Empfehlung, viel Mund zu Mund, aber natürlich muss man sich gerade heutzutage, muss man sich dann eben auch präsentieren, auch Social Media mäßig präsentieren und so, dass man auf jeden Fall hier aktiv ist. Also, na klar. Klar. Und sonst auch nett sein führt nur Grüßen, ne? Einfach. Ja, muss man einfach. Nett sollte man immer sein. Das ist auf jeden Fall schon mal eine wichtige Sache. Und eine andere Sache, weil das immer wieder Thema im Podcast ist, gerade bei Audios. Wie siehst du Atmos? Ist das ein Thema für euch? Ist das irgendwie relevant? Oder siehst du das nicht so? Das ist für mich persönlich kein Thema. Aber das, also da kann ich jetzt nur für mich sprechen. Hier für Studie dadurch irgendwie auch nicht, weil ich halt das meiste hier mache. Ich sage immer, ich kriege es ja schon gar nicht hin, mit zwei Kanälen zu mischen. Also ich würde ja am liebsten nur auf einem Kanal mischen. Ich bin überfordert damit. Also es ist einfach nicht mein Ding, Atmos. Ich kenne aber dann schon auch natürlich Leute, die das irgendwie sich damit aufrüsten und das machen, dann sollen die das doch machen. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich Atmos-Aufträge oder wenn ich die Anfrage bekomme, dann läuft es hier eher so, dass ich sozusagen den Stereo-Mix von den Platten mache und dann zum Atmos halt das dann zu den Menschen, die ich weiß, dass die das gut können, dann weitergebe. So, für mich persönlich ist es den Aufwand hier tatsächlich nicht wert. Also interessiert mich auch nicht so doll, muss ich tatsächlich sagen. Na klar. Und zudem vielleicht auch noch ein anderes Argument, dass es vielleicht genreabhängig ist. Ich höre auch immer so von Leuten, die in Atmos arbeiten, es macht vielleicht mehr Sinn für elektronische Musik als für Punk oder Rockmusik. Habe ich ein paar Mal gehört. Für Punk würde ich jetzt auch sagen. Ich mache auch Platten mit Long-Distance-Scrolling zum Beispiel. Also wirklich audiophiler Post-Rock. Ja, also Instrumentalmusik, wo es dann schon wirklich sehr viel und um Sounderlebnisse geht und so weiter. Was dann hier auch echt in meiner Aufgabe war, Daili, würde ich jetzt schon sagen, das kann natürlich irgendwie cool sein in Atmos. Aber ich würde jetzt aber auch nochmal sagen, Atmos ist vor allen Dingen und schon wieder eine Budgetfrage. Ja, weil du musst natürlich Atmos auch bezahlen. Und im Moment würde ich, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen Halbwissen, was ich hier habe. Würde ich sagen, dass natürlich aktuell auch einfach viel Atmos bedient wird, um bestehende Kataloge von Verlagen einfach zu bedienen. Ja, also Sachen, die es schon längst gibt. Wenn man jetzt wirklich sagt, auf neue Kunst, neue Platten Atmos anzuwenden, wer das will, super, bin ich auf jeden Fall auch dabei und sozusagen gebe das weiter oder setze mich auch gerne daneben oder vielleicht lerne ich es auch nochmal, keine Ahnung. Aber ist einfach im Moment nicht besonders relevant, muss ich einfach sagen, für meine Arbeit. Okay, sehr, sehr interessant, weil das ist irgendwie so, keine Ahnung, teilweise kommen Leute im Podcast, das sind absolute Enthusiasten und erzählen davon, wie gut das hier funktioniert und die leben dann auch davon und andere sind dann aber auch sehr skeptisch. Aber ich finde das einfach so eine interessante Standardfrage bei uns mittlerweile bei Audios, weil das halt irgendwie so, keine Ahnung, du kannst kaum in einem Tonstudio länger als zwei Stunden Kaffee trinken, ohne dass das Thema irgendwie irgendwann doch mal auftaucht. Zumindest merke ich das. Habe ich hier tatsächlich auch hier bei mir im Studio die Frage, also jetzt mit meinem, vielleicht muss der irgendwie auch an den Kunden liegen, kommt bei mir nicht vor. Nee, also wird auch nicht gefragt. Ich, es ist eher umgekehrt, also ich frage manchmal nicht mehr die Bands, ey, Herr Wolter, habt ihr nicht mal bei der nächsten Platte Bock auch eine Atmos-Version auch zu machen? Und dann, nö, kommt auch krass hin. Krass, krass, krass. Da habe ich in letzter Zeit viel Zeit mit zugebracht, über Atmos zu reden. Auch teilweise, wo ich mich denke, es kann doch jetzt nicht sein, dass das schon wieder ein Thema ist. Also ich habe natürlich auch schon in Studios gesessen, wo Atmos installiert ist und das auch mal genossen. Ja, also manche Sachen finde ich sinnlos, manche Sachen höre ich mir an und denke, oh, das ist cool. Also für mich ist es im Kino sitzen dann und hat da mal einen David Bowie-Song gehört, den ich tierisch fand auf Atmos zum Beispiel. Das hat natürlich dann total Bock gemacht, so irgendwie. Aber es hat es halt mit meinem Daily-Ding hier, was ich hier arbeite, einfach nichts zu tun. Es ist einfach, wie es ist. Ich will das übrigens auch gar nicht werden. Das heißt nicht, dass ich das doof finde oder so, aber es passiert ja einfach nicht. Aber es ist natürlich auch sehr studioabhängig. Also ich saß schon ins Studio so, da denkst du, ja, das Klee ist ganz okay und dann bist du in einem anderen Studio und es klingt herausragend. Also es ist leider auch ein bisschen systemabhängig. Ja, das muss man ja vor allen Dingen auch, ich meine, das gilt ja, wenn man Stereo mischt, muss man das auch können. Also da kannst du natürlich auch jemanden einen Scheiß-Mix machen und einen guten Mix machen. Also das gilt natürlich für Atmos genauso. Das System macht ja nicht alleine den Sound. Das muss schon jemand bedienen. Ein Mischpult ist kein Klee-Werk. Nein, nein. Der altbewährte Spruch. Ich hätte nochmal eine Frage und zwar auch nochmal wieder zu dir weg vom Nerd-Thema. Und zwar, du hast ja, oder bist als Mucker gestartet ganz früher, so wie die meisten von uns. Und gerade auf eurer Homepage sieht man ja auch das Equipment hinterm Pult, was da alles in den Racks steht. Wie ist das denn bei dir? Kommst du selbst noch dazu oder hast du noch Bock abends Mucke zu machen, wo du den ganzen Tag Musik für andere Menschen produzierst? Ja, durchaus. Also auf der einen Seite ist es so, dass ich halt, also ich spiele selber in einer Band, da spiele ich Schlagzeug und das ist ein super Ausgleich, weil ich da ja dann nicht produzieren muss, sondern weil ich einfach nur Spaß am Schlagzeugspielen haben kann. Und weil die Band toll ist, weil es einfach Spaß macht, mit den Menschen Musik zu machen. Und ansonsten ist es so, dass ich tatsächlich bei meinen Produktionen, die ich hier so mache, auch immer, immer wieder mal zum Instrument greife. Also ich mache hier eh Musik. Hier stehen Gitarren rum, hier stehen Schlagzeuge rum und ich spiele die auch. Also es gibt hier auch Produktionen, wo auch mal gefragt ist, ich brauche jetzt eine halbe Band, dann kann ich das halt machen. Oder wenn mal jemand was nicht hinkriegt oder so, kann ich auch mal zur Gitarre greifen oder zum Bass greifen. Also ich spiele tatsächlich sowieso immer mal wieder was. Oder man entwickelt auch ganz viel zusammen. Hier im Studio sitzt du in der Band, dann habe ich auch eine Gitarre in der Hand und dann fummeln wir was zurecht, was wir irgendwie da drauf spielen können. Und dann kann es auch sein, sagt jemand, spielst du doch gleich, wenn du es hast. Also kommt eh vor, ich mache schon noch viel Musik. Musik hören ist da eher ein anderes Thema. Also ich gehe jetzt eher nach einem langen Mixing-Tag, gehe ich nicht nach Hause und höre mir eine andere Platte an. Da wäre ich verrückt. Wie sieht es aus mit Podcasts hören bei dir? Ist das ein Thema? Ja, Podcasts höre ich total viel. Ja. Das ist bei uns genau das Gleiche. Ich kann keine Musik mehr hören. Und ich glaube, das ist einfach bei vielen Engineers so oder viele, die halt im Audio-Bereich arbeiten, sage ich mal, viel mit Audiomaterial zu tun haben. Und Musik, du hast einfach keinen Bock mehr. Du bist halt analytisch die ganze Zeit unterwegs. Und es ist auch schwer auszuschalten. Dann sitzt du im Auto, fährst nach Hause und dann merkst du, wie du den Song immer noch so hörst, als wäre es gerade dein Mix, den du vier Stunden gehört hast und denkst dir so, nee, hör jetzt auf ich mal den Podcast an, weil es ist gut. Und du lernst noch was dabei. Ja, absolut. Also vor allem, dein Gehirn kann es ja auch nicht so einfach ausschalten. Es hängt auch damit zusammen, ob dein Mix gut läuft oder schlecht läuft. Wenn dein Mix gut läuft, dann kannst du danach auch gute Musik hören, weil du einfach gute Laune hast. Wenn dein Mix schlecht läuft, dann hast du Stress und dann willst du auch nichts anderes hören. Was für mich zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert, ist gerade einen Mix zu machen, gerade am Anfang eines Mixes, also wo es noch mehr um die Wurst geht sozusagen und dann auf ein Live-Konzert zu gehen. Das ist für mich absolute Hölle. Weil dann stehe ich da wirklich und denke, hier stimmt ja gar nichts, hier ist ja alles falsch. Ja klar, logisch. Dein Gehirn macht das einfach nicht mit, ist doch logisch. Nicht, weil die Konzerte dann scheiße klingen, dein Gehirn schafft das nicht. Das ist einfach viel zu anstrengend. Mixing ist so anstrengend fürs Gehirn. Also da dann eher nicht. Und deswegen dann viel, viel lieber Podcast. Das machen wir nicht. Da müssen Menschen reden und keine Musik hören. Aber dieses Fokussieren auf einzelne Teile in der Musik, das macht es halt so anstrengend. Dann hörst du irgendwie eine geile Produktion, die du auch magst, eigentlich von deinem Lieblingsalbum in der U-Bahn nach Hause. So kenne ich das als Student früher. Und du ergerst dich über dich selber, weil du denkst, den Song habe ich 400 Mal gehört. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. Und jetzt höre ich aber nur diese verdammte Snare und frage mich, warum die so viel geiler klingt als meine. Was soll das? Das Snare-Problem, ja klar. Wer kennt es nicht? Wir geben immer noch mal gerne Tipps raus. Wir haben ja viele Leute, die gerade fertig werden mit der Uni oder generell SAE, Alumni-Netzwerk, viele Audi-Leute, die zuhören. Hast du einen Tipp oder einen Skill, wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall mitbringen, wenn man in Musikproduktion unterwegs sein möchte? Also ich kann ja auf jeden Fall jetzt natürlich davon ausgehen, wie jetzt mein Weg hier bisher ist und mit dem, was ich hier mache. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass es total wichtig ist, wenn man irgendwo anfängt, mit anderen Leuten zu arbeiten, weil es macht natürlich total Sinn, mit anderen Leuten zu arbeiten und vor allen Dingen für andere Leute zu arbeiten, sich das abzugucken. Da zählen, finde ich, am Anfang noch viel mehr sozusagen so die Social Skills, wie man sich in so einer Gruppe von Menschen, die da gerade Musik machen, verhält. Also, dass man so ein bisschen weiß, wo sein Platz ist. Dass man irgendwie weiß, dass man das gut ist, zuzuhören, anstatt viel zu reden. Niemand möchte den Praktikanten reden hören. Es ist einfach am Anfang so. Das hilft einfach dann der Truppe dann nichts. Und ansonsten die Basics am Start haben. Man muss einfach hier im Studio muss einfach wissen, wie ein Kopfhörerweg am Start haben. Das klingt jetzt platt, aber es ist wichtig, weil das ist das Erste, was dir passieren wird. Dass du hier mal ein Kopfhörer anschließen sollst. Also einfach ganz toll gucken, dass man irgendwie vielleicht an Produktionen rankommt, wo Leute arbeiten, die das toll machen und da mal fragen, ob man ein bisschen zugucken kann. Und selbst das reicht jetzt. Wie gesagt, ich habe selber so viel zugeguckt und gar nichts gemacht. Also da einfach nur Leuten zugucken, irgendwie wie die das da entspannt und easy machen, dass man auch selber so eine Souveränität bekommt und dass man vor allem die Angst davor verliert. Das ist ja Quatsch. Also wir machen nur Musik. Ja, klar. Weil technisch, keine Ahnung, kannst du dir inzwischen alles angucken auf YouTube. Also es ist nicht kompliziert. Guck, dass du ein Mikrofon richtig aussteuern kannst. Dann bist du schon bei Saune. Ja, oh Gott. Vielleicht spannende Frage. Nehmt ihr gerade Praktikanten an? Kann man sich bei euch melden? Nee, jetzt zur Zeit gerade nicht. Aber in der Zukunft kann das durchaus passieren, dass wir das dann mal wieder machen. Sehr, sehr saisonabhängig. Alles klar. Wo kriegt man das mit? Über Vitamin B oder Homepage? Oder wo kann man davon... Kann man uns einfach anschreiben. Kann man einfach auf der Homepage uns anschreiben. So, wenn der Interesse besteht, wenn das jemand machen möchte, vielleicht gibt es ja mal eine Chance, auch mal vielleicht nur für eine Produktion oder so. Ja, Zeit lang habe ich Assistenten gehabt, Zeit lang dann auch nicht, weil es mir dann auch zu viel war, weil ich dann hier so versunken war in das, was ich mache. Und trotzdem, schreibt vielleicht mal hin. Vielleicht passiert das ja nochmal. Ja, melden kann man sich sowieso auf jeden Fall immer. Also das ist wirklich einfach. Auf der Homepage steht irgendwo hier, contact me oder da kann man sich immer melden. Kann ja nur schief gehen. So, gute Schlussworte, würde ich sagen. Haben wir einen guten Eindruck bekommen über deine und eure Arbeit und Horus generell. Danke dir für die Übersicht und ja, hat Spaß gemacht. Ja, ebenso. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Cooler Podcast. Fällt mir. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Super interessant. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.